Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Bossau-Hutzfeld. 1979 wurde dieses Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über eine Einbauküche und zwei Parkplätze. Das Gebäude verfügt über eine Einbauküche und zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1664 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 173 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 235.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020